Jo Leute, was ist gerade? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem weiteren kleinen Folge von Disney Speedstorm Ja, ich spiele es noch, warum erkläre ich euch gleich. Ihr seht ja immer erstens die Spielerzahlen sind miserabel, bleiben miserabel und das hat einen Grund, den sag ich euch gleich und ihr seht auch die Bewertungen werden Tag zu Tag schlechter. Ja, schade. Ein dicker dicker Flop, der nicht hätte sein müssen. Wir haben ein Community-Gift, Leute. Ja, 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 ja. Danke für die tausend Leute, die es auf einer Plattform spielen. 500 auf Steam ist ein Witz. Egal, was kriegen wir denn? Was geben sie uns denn hier? Ein Rennerzug für Mickey? Ein Rennerzug für Goofy? Oh, das habe ich ausversehen. Eine Sieg-Animation. Oh, Junge. Oh, Junge. Das ist aber geil. Und 20.000 Saisonmünzen. Okay. Also, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank an unsere geschlossenen Beta. Hä? Ist das jetzt für das Early Access oder für die geschlossene Beta, wo ich die mal gespielt habe? Okay. Hauen wir es raus. Wir klicken einmal durch. Arcade-Lackierung, goldener Mickey. Ähm, Leute. Ganz, ganz viele haben über mein letztes Video gemeckert, weil ich gesagt habe, das Spiel ist Pay2Win. Und haben mich darauf hingewiesen, das war schon in der Close Beta so, dass man aktuell noch kein Geld ausgeben kann. Und damit habt ihr recht. Man kann aktuell noch nicht mit Geld, mit Echtgeld irgendwas kaufen, sondern nur mit den Währungen, die man erspielt, kann man sich seinen Charakter hochleveln, Sachen kaufen. Das heißt, es ist nicht Pay2Win im Moment, aber ich denke mal, dass wenn das Spiel Free2Play rauskommen wird, wird es mit Geld möglich sein. Also, dann ist es Pay2Win. Also, es ist im Moment Pay2Progression, sagen wir mal so. Also, die Leute, die viel zocken, haben einen schnellen Charakter. Ich, der das Spiel vielleicht nur alle zwei, drei Tage mal ein Stündchen oder so, hat halt einen Nachteil, spielt mit einem Level-1-Charakter oder 5, 6, 7 gegen welche, die schon auf 15, 20 haben. Von Grund auf ist der Charakter bei denen schneller, beschleunigt besser, alle Werte besser und du hast keine Chance. Auch das darf nicht sein, zumindest nicht im Ranked-Online-Modus, aber genau da ist es so. Ne, in dem normalen Online-Modus, da ist jeder Level 30, da ist scheißegal, wie viel man gezockt hat oder ob man reingepayt hat. Aber im Ranked-Modus, da wo es gerade um was geht, da wirst du bevorteilt, wenn du viel spielst oder dann am Ende, wenn das Geld möglich ist, reinpayst. Auch jetzt zum Beispiel, ich habe hier viele Währungen bekommen. Jetzt bringt es mir nichts, Skins zu kaufen, die ich cool finde, nein. Ich müsste jetzt Begleiter bzw. Material kaufen, Lootboxen öffnen, wo eventuell solche Teile drin sind, um meinen Charakter aufzuleveln, weil ich schneller werden muss. Das ist halt, ja, und es hagelt schlechte Steam-Bewertungen einmal deswegen. Und jetzt kommt die zweite Sache. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist nichts für mich, wegen diesem Pay-to-Win, Pay-to-Progression, der Ranked-Modus ist so, wenn du viel zockst, hast du einen Vorteil. Und ich wollte das Spiel zurückgeben. Jetzt kommt das Lustige. Keiner kann, wer im Early Access das gekauft hat, zurückgeben. Warum? Weil das Spiel eigentlich als kostenlos deklariert ist und man kauft dann nicht das Spiel im Early Access, sondern man kauft die DLCs. Also man kauft da diese Mickey-Maus oder was weiß ich was bekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt 30 Euro rausgegeben, kann das Spiel nicht zurückgeben, keiner kann es zurückgeben. Ja, es steht, wenn man sich alles ganz genau durchliest, irgendwo ganz unten, dass man es nicht zurückgeben kann. Aber seien wir mal ehrlich, werde ich sich was durch. Man denkt auf Steam, man kauft sich ein Spiel für 29,99 oder sogar bis 69,99 Euro. Und denkt dann, man kann es zurückgeben, wenn es nicht gut ist. Hier hast du nicht die Möglichkeit. Disney, so ein großes Ding, Sam, so viel Kohle. Versuchen hier alles rauszuquetschen. Auch das Menü hier und es ist so, ach egal. Ich habe jetzt gerade überlegt, gehen wir jetzt mal das aus, was wir bisher haben. Ich würde mal sagen, nein. Wir spielen einfach nochmal weiter Ranked, damit ihr nochmal seht, wie unfair das ist. Ähm, wo kann ich denn jetzt wenigstens mein, mein, mein Mickey hier bearbeiten? Ach, diese, diese Menüführung ist auch sehr schlecht. Ohne die Teile, Crew. Wir haben immer noch keine Crew freigeschaltet. Ich müsste immer noch den Offline-Modus zeigen. Und dann rechts seht ihr, wie ich da hochboosten kann. Alle anderen, die schon höher sind, haben das schon, haben weiteren Vorteile. Ich nicht. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel anpassen. Und wir haben jetzt hier diese Anzüge. Den habe ich im Moment. Ich finde den goldenen hier ganz geil. Ach, zurück. Und die Sieg-Animationen nehmen wir natürlich auch den hier. Jetzt kommt der Skat. Also das habe ich noch gar nicht gezeigt übrigens. Man kann echt das Skat, ähm, ja, so ein bisschen tunen. Kart-Teile halten. Die beiden sind noch nicht freigeschaltet. Entweder den hier. Hier sind auch noch alle zu. Ich nehme mal den hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Wir haben doch gerade so ein geiles Ding bekommen. Hier, man kann übrigens auch noch freigeschalten. Äh, äh, ähm, nicht freigeschaltet. Räder kann man übrigens auch. Da haben wir schon neue. Das ändert aber alles nichts am, am Fahren. Glaub ich jetzt. Nein, das ändert nichts an den Werten. Hier haben wir zum Beispiel auch schon eine andere Farbe. Zack, nehmen wir jetzt einfach mal so. So, Fertigkeiten kann man hier einmal gucken, ne? Und ihr seht hier, normal und aufgeladen. Normal, rückwärts, aufgeladen. Schleudern, schnell ist ungelenkt. Wie kann man denn rückwärts aktivieren? Ach so, wenn man nach hinten schießt. Ja, natürlich. Und ihr seht das. Jeder Charakter hat seine Fähigkeiten. Das heißt, ich kann keine anderen Fähigkeiten einsammeln, außer die. Finde ich ein bisschen. Ach so, Trick 4. Ach so, dann wird der Ding länger. Also auch das muss man verbessern. Also, es ist Katastrophe. Geschafft, geschafft. Kann ich das dann einsammeln? Nein. Ja, egal. Ja, Leute. Naja. Die Voraussetzungen waren oder sind immer noch da, Alter. Bin ich ganz, ganz... Ey, wie komme ich denn jetzt... Was will ich denn eigentlich spielen? Wir gehen hier auf Fragenlisten. Die Voraussetzungen waren, waren da. Weil, ganz ehrlich, Mario Kart ist eine Legende. Und jeder, der keine Switch hat, hat doch Bock. Alter, ich hab mal Bock auf ein Game wie Mario Kart. Aber ich hab nur einen PC. Ich hab nur eine PS4, eine PS5, eine Xbox One. Oder eine Xbox Series S oder X. Also, die Voraussetzungen waren da. Die Graphen, die Performance, das Geld von dem Entwickler, also Disney, äh, dem Publisher oder wie auch immer man das nennt, ist da. Die Figuren, die Charaktere, der Fanservice, der, der, die Lust auf Leute, die Bock drauf haben, muss da sein. Aber, sie haben es konkret verkackt. Einmal haben sie das Spiel zu kindgerecht gemacht. Ich muss, glaube ich, gleich den Tom mal leise machen. Es ist einfach viel zu langsam. Ich seh das hier, wie langsam ich bin. Das macht keinen Spaß für den Erwachsenen. Und dann diese Pay-to-Progression-Pay-to-Win-Wall. Und das vor allem im Rank-In-Kodus. Ja, es kommt nicht richtig Spaß beim Fahren auf, ne? Obwohl hier das Driften... Alles ist cool. Ich sag's nochmal. Alles ist cool. Hier auch diese Mechanik, dass man auf den Rahmen kann. Cool. Dass man springen kann, dass man ausweichen... Ist alles cool. Aber... Ja. Den hab ich mal weggerammt. Die strecken aus. Das ist geil. Scheiße. Zack, zack, zack. Ja, scheiße. Ah, Mann, Mist. Ich hab ja nen Boost. Ich hätt die Abkürzung nehmen können. Oh, nein. Das war jetzt dumm. Oh, shit. Oh, shit. Das ist egal. Ich hab ja den Boost. Das war auch nicht. Die Abkürzung. Ficka, der hat mich noch überholt, glaub ich. Ich glaub, ich wurde nur vierter. Ja. Also, ich bin noch nicht der Beste. Aber es macht auch wenig Spaß. Und ihr seht jetzt... Level 15, Level 13, Level 10, 9 und 10. Und alle, alle, alle haben einen besseren Charakter. Schneller Dings. Trotzdem hab ich mich gegen ein paar durchgesetzt. Wahrscheinlich, weil das Kiddies sind. Ein bisschen schlecht im Spielen. Aber vom Grund auf haben die natürlich viel, viel mehr Chancen. Ja, mich zu schlagen, weil sie halt höher in der Dings sind. Und die Rennen sind zu kurz. Also, ganz, ganz viele Strecken. Haben nur zwei Runden, so wie die. Das ist viel zu kurz. Man kommt gar nicht richtig rein. Es macht gar keinen Spaß. Und wie gesagt, es ist auch alles zu langsam. Also, die... Macht so kurz, wie die Strecken sind. Macht überall bitte vier Runden, Minimum. Oder macht sogar fünf Runden, wenn ihr die Speedgeschwindigkeit bei allen Charakteren von Grund auf um 200% erhöht. Also, um das Doppelte. Also, um 100% erhöhen, sagt man das so. Ja, das muss gemacht werden. Also, wenn das nicht gemacht wird, wird das Spiel tot sein. Wenn's rauskommt, kostenlos. Auch wenn's kostenlos ist. Es wird tot sein. Glaubt mir. Das wird nichts. Das wird gar nichts. Das wird nix. So, ich versuch jetzt mal eine Runde, aber nicht zu reden, sondern einfach nur gut zu fahren. Das wird nicht zu reden, Ah! Huh? Heroes! Ah! 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 Come on, now! Uh, what? Huh? Haha, den hab ich nicht erwischt. Kurz nach hinten geblickt. Schuttschild ran und... Souverän den Sieg geholt. Oh, I knew I could do it. Aber nochmal, es ist Ranked. Hier wird nach MSR gewertet. Warum hab ich MSR 6 und spiele gegen einen, der 1 hat? Ja, okay. Mit dem niedrigen Level gewonnen. Wie gesagt, wenn man gut ist, dann ist man... Ja, aber... Weiß ich nicht. Es ist halt alles ein bisschen zu langsam. Also... Es muss echt viel, viel schneller sein, weil dann... Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Auch die Items. Es ist so... Du spürst sie kaum. Es ist so komisch. Ich weiß es nicht. Es ist ganz, ganz komisch. Natürlich vergleicht man das mit Mario Kart. Aber da ist einfach... Auch wenn man getroffen wird bei Mario... Es ist... Es ist so ein anderes... Daseinsgefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß richtig, wie ich es beschreiben soll. Also man findet schnell Lobbys. Das ist von Vorteil, weil... Auch wenn so 600 Spieler sind... Mit Konsolen-Crossplay gibt es ja alles mit eingerechnet. Sind es vielleicht... 1500 oder so. Man findet schnell... Auf Nintendo Switch gibt es übrigens auch, ne? Man findet schnell Gegner. Man braucht nur immer 8, ne? Also mehr als 8 fahren. Das ist bei Mario Kart eigentlich nicht mehr. Na, guck mal, wie sollte man... Kann man... Hier, zack, weggerammt. Grafisch ist das ne Augenweide, ne? Auch wie flüssig und smooth und alles. Ach, scheiße. Da müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Ähm, wenn schon das... Ähm... Was wollt ihr gerade sagen? Wenn schon die... Die Dings gewechselt wird, dass man... Wenn man rechts fährt, dann nach links fährt. Ist ja okay. Aber es wird für kurze Zeit dein Bildschirm schwarz und er dreht sich so einmal. Das... Das brauche ich nicht. Das behindert dieses kurze Schwarze. Ich seh nichts mehr auf, ja. Seit wann habe ich den Sohn? Zum ersten Mal. Guck mal, jetzt ist schon wieder letzte Runde. 58 Sekunden erst. Jetzt schon wieder letzte Runde. Also geht wieder nur zwei Minuten das Rennen. Das ist... Jetzt habe ich wieder mehr. Das ist der Stimme. Ich bin nur zweiter, Digga. Der Erste hat ja einen Mega-Vorsprung. Guckt euch das mal links unten an. Welches Level ist er denn schon? Ich glaube, bei dem Rennen können wir jetzt echt sehen, dass es wirklich Pay-to-Progression im Moment ist. Oder Pay-to-Win, je nachdem. Wie man es nennen will, sagen will. Ja, und zu kurz, ne. Also man kommt gar nicht rein. Selbst wenn ich jetzt mal nach hinten fallen würde, könnte ich mich gar nicht nach vorne arbeiten, weil die Rennen viel zu kurz sind. Jetzt bin ich mal gespannt, hier dieser Cut-Off. Welches Level ist er? Ja, 15. Da sieht man es jetzt wieder, ne. Level 15. Erstes dreifache an Geschwindigkeit. Dreifache an Handling. Dreifache an das. Dreifache an... Er ist einfach uneinholbar, unbesiegbar. Du kannst gegen ihn nichts machen. Ich krieg trotzdem Plus, weil ich zweiter geworden bin. Naja, naja, naja. Ich sag nicht, dass das Game schlecht ist. Im Gegenteil, ne. Ihr wisst, alle positiven Sachen hab ich genannt. Aber... ...die zwei, drei dicken negativen überwiegen. Das Fahrgefühl ist so langsam. Es macht einfach keinen Spaß. Ich könnte das jetzt sogar noch weiter zocken, wenn das Frage-Film mega geil ist. Wenn ich selber kämpfen müsste um jede Kurve wie bei Mario Kart 150. Naja, aber guck mal, ihr seht. Ich könnte quasi ohne Sliden, kann man jede Kurve nehmen. Und das darf ja nicht sein. Bei Mario Kart, wenn du nicht gewiftest, dann kannst du es vergessen. Dann kommst du nicht um die Kurve. Wieder hauen die da vorne ab. Wieder er mit Level 15. Du kommst nicht hinterher. Ist das ein Zisu? Dann komm ich mal nach vorne. Naja, auch wieder ein paar... Naja, wachs. Ah, da hab ich zu früh eingelegt. Scheiße. Aber der Erste keine Chance gegen ihn hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut ist, dass jeder Charakter seine eigenen Items hat. Feier ich nicht so. Jeder sollte jeder kriegen. Plus halt diese eigenen Ulti-Items. So, das Level ist zum Beispiel jetzt drei Runden. Das ist okay. Wobei ich die auch noch so kurz finde. Aber drei Runden ist schon in Ordnung. Oh shit. Scheiße. Oh, ich krieg sogar seinen Boost, wenn ich mal hier hinten reinfahre. Ich werd's nicht schaffen. Geh ich hier noch? Oh mein Gott. Oh, ich krieg die Musik noch aufgeladen. Aber er kriegt mich nicht. Sehr gut. Wie gesagt, das alles noch in schnell. Schade. Ne. Hä, wieso ist ja jetzt nur Level... War ja nicht eben Level 15 der Typ? Oder ist das auf einmal ein anderer? Ne, das ist halt doch... Hä, ganz komisch. Oder weil er 30, wie weiß ich. Oh nein... Ich bin einig. Ah, scheiße. Ey, öh? Hat er mich gerammt? Mein Item wird ja noch nicht ab. Oh, uah, uah! Uah! Oho! Oho, uah! Ich bin einig! Da ist ja nicht mehr weg. Ohoho! Oho! Oho! Ja, da darf man nicht reinfahren, glaube ich. Da ging was um sich rum. Was ist das? Oh shit. War Fehler. Hauer. So ist die Herrgutese. Ich nehme die kurze Variante. Kriegt dafür keinen IT. Ja, wer schießt denn da nach hinten, Alter? Ich habe auch mal 50 Minuten in der Runde. Ich habe mich noch gehittet. Und letzte Runde schon wieder. Das müssen Sie sich auch selber merken, dass das viel zu kurz ist. Vor allem in Rank-and-Loopes. Ich bin da. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, alles, ne? Das ist ein gutes Item, bitte. Ich freue mich schon um das Ziel. Die kriege ich noch. Fünfter Mensch, schade. Na ja, wie gesagt, kurzweilig hier jetzt mal so zwei, drei, vier Runden. Aber, wie gesagt, es muss länger sein, es muss schneller sein. Es muss Pay-to-Progress, Pay-to-Win weg sein. Und ich würde es auch gerne finden, wenn man die, wenn man den gleichen Lobby behält. Also, wenn die anderen auch weiterspielen. Also, dass man hier nicht komplett immer rauskommt, sondern dass man auch mit den gleichen Leuten weiterspielen kann, wenn man möchte. Aber, ja. Das muss jetzt mal gewesen sein. Ich gucke mal, was ich jetzt da im Shop ausgeben kann. Ein bisschen hochleveln, whatever. Haut rein.